Willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Einen wunderschönen Jüdentag. So, jetzt werden wir mal aus Stahl das Zeug formen. Was? Richtig, richtig. Machst du alles, ne? Ja. Würde ich sagen? Ja. Stahl. 74. Was sind das eigentlich? Brauchen wir das auch? Sag mal, brauchen wir das? Was? Na das. Also, die brauchen wir auf jeden Fall, denke ich, um ein Gehirn zu bekommen. Drum baue ich die jetzt mal. Ach, was sei da geil jetzt? Ich baue das jetzt auch noch, um zu gucken, was das ist. Lasse. Ähm, die tun wir mal hier oben reinpacken. Haben wir irgendwo in eine Kiste mit Waffen? Ach ja, gut, einfach hier rein. Willst du die gelbe Taschenlampe bekommen, die wolltest du auf uns? Nein. Die hab ich dir jetzt geschenkt. Ach. Witz. Toll. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich da durchgebaut hab. Super. Das ist wahrscheinlich einfach nur, um gut auszusehen. Naja. Nö. Ähm. Wo ist das jetzt das? Ich bin Hooligan, ja. Äh. Ich kann mir gar nichts hier wichsen. Wird alles wieder. Ähm, wir versuchen jetzt mal, Gehirn zu bekommen. Gehirn. Oder? Ja. Was hast du? Ja. Stolpern. Wo, wollen wir das holen? Hier, gleich auf der A. Ey krass, wir haben ja schon 165 Stolpern. Hätten gar keine mehr bauen müssen. Lasse. Also, wir brauchen jetzt nur ein Gehirn. Ich denke auf irgendein Gegner, oder? Boah. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja. Auf, auf. Probier mal. Also, nicht gleich einen Gegner töten. Warte, wir laufen jetzt mal nach rechts. Ja, stimmt. Da wollen wir noch nicht. Dann, was ist das so? Das erste Himmelnis ist da. Hm, klasse. Ah, warte. Doch nicht. Ähm. Warte. Vielleicht muss ich den letzten Schlau... Hast du irgendwas eingesammelt? Ah, ich hab, ich hab ein Brain bekommen, ja. Gib mal her. Warte. Warte, äh. Warte, ich will das jetzt nicht sichernwerfen, aber na gut. Gucken, wo es hinfliegt. Bitte. Äh, das sieht irgendwie anders aus. Warte mal. Mal gucken, ob es das ist, was wir brauchen. Äh, guck mal, komm mal her, bitte. Hilfe. Wissen Sie, was ich? Da ist jemand. Hä? Vielleicht... Ist das ein Ar... Nicht töten. Vielleicht ist das ein Arbeiter für uns jetzt, durch das Gehirn, oder so. Hast du sogar gesehen, solche wunderbare Architektur? Also, ich hab eine Karte Aufsehen angegriffen. Verangst. Wunderbare... Was will ich denn mit seiner Architektur verbinden? Oder was? Wer ist denn das für ein Lobby? Ne, wir brauchen ein anderes Gehirn. Wer will doch von dem ist Gehirn? Ha. Soll ich mal probieren? Das ist für ein Lobby. Ne, lass mal. Ah. Oh, toll. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Gehirn. Das ist bestimmt eine ultra seltene Erscheinung. Das kann sein. Und die wird jetzt nie wiederkommen. Ich frag mich, was man mit den Gehirn noch so macht. Das ist halt... Jetzt hab ich schon wieder... Nein, du. Äh, ein Timer gedrückt. Das ist ärgerlich. Das ist ja. Und jetzt, äh, haben wir ja noch nicht allzu lange aufgenommen. Alter, das Ding schießt aber auch beschissen. Wo, 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 wo. Scheiße. Was war das denn? So, jetzt hab ich wieder so ein Lies an das Gehirn. Ich braue Wein, super. Brain, Dings. Wo werden wir denn das Gehirn herkriegen? Frag mich mal. Wahrscheinlich, wenn das ein Fosky oder so, ne? Denkst du? Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen. Du. Ich bin... Spezialgehirn. Brauch. Müsst du mal mit der Waffe ein bisschen rumschießen. Nein, nein. Ich muss auch mal was machen. Ich sammel das Zeug ein. Nicht töten jetzt. Ich versuche hier, Gehirn zu klauen. Ah, wiederum. Wie das ist die denn jetzt? Was ist denn jetzt so nebelhaft? Siehst du den Nebel? Ja. Wo kommt der Nebel jetzt her? Ich kann nicht mal laufen. Das Wasser ist in dir her. Keine Ahnung was von Nebel ist. Voll komisch. Und jetzt lag dabei. Ganz schön. Jetzt hab ich auch noch 20 Frames. Da neben der FPS ein Brüche. Ach, Eis brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen nur so ein Gehirn. Hier. Hier, du kannst doch... Du nimmst doch grad nicht auf, oder? Nee. Kannst du nicht mal im Wiki gucken, ehe wir jetzt hier 5 Stunden suchen? Ja, ja. Ich... Beam dich aufs Schiff, da bist du sicher. Ich... Was soll ich denn jetzt schauen? Ähm... Warte mal... Roboter... Roboter gehörn. Keine Ahnung. Ich kann doch mal sagen wie süß hier jetzt heißt. Ne, kann ich da jetzt grad nicht sagen. Ne, ist nicht so egal. 자... Einfach mal... Du kannst einfach beim Boss gucken bei dem... Und dann... Die Gegenstände, den Kopf den du dafür brauchst, dann... Dann siehst du schon das raus. ausgehörn. Ne, hier dabei den ganzen Planet mal um. Boah, Pixels. Anschaffen. Scheiß leckeres Brot. Bleib stehen. Und schon Informations. Ah, es hackt. Es lacht mir nicht. Ja, ich suche gerade bei Google. Weil immer jetzt wieder sinnlos rumrennen. Ja, also Superior Brain. Bekommst du mit dem Brain Extractor? Ja, den hab ich. Gut. Also hier ist nochmal dieses mangelhafte Gehirn, also das Lidane, was wir bekommen. Das ist die Wahrscheinlichkeit 75%, dass wir es bekommen. Und dieses außergewöhnliche Gehirn, sprich Superior Brain, ist die Wahrscheinlichkeit für um die 5%. Ach du Scheiße. Brauchst du ja anders so ne Waffe, das ist ja auch gut. Gut, also wars schonmal der richtig dicke Weg. Gehirn, ich hab's gut hingehören. Gehirn, ich hab's gut hingehören. Wir kommen. Ich komm wieder zu dir nicht. Ja, bitte. Die Spucken keine Gehirn mehr aus. Da geb ich mir schon die größte Mühe. Die gehören zu extrahieren. Ja. Bist du an der Oberfläche? Ja. Bist du irgendwo rein? Nein. Hey, hey, hey. Hast du mal so ne Waffe gebaut, ne? Bist du mal ne Waffe? Nein. Die komischten Brain Extractor. Ne, ne, ne. Warum, ne? Weißt du nicht? Das tut doch. Ja, ne. Ah, Mann. Das ewig lange auf des Gehirnformen ist natürlich jetzt auch nicht so spannend. Ne, das stimmt. Aber auch das gehört dazu. So ist das. Ne, weil ich ein bisschen wieder rüber gelaufen bin, ne? Ne, vor allem bleib ich immer wieder stehen, weil ich ja gegen die Monster kämpfen muss. Und das ist ja so dann beschissen mit den Dingen. Ne, du kannst doch auch einmal nur plätzen? Wenn ich die mit meiner Standortwaffe angreife, ne, sind die tot. Ja. Ich meine einmal verletzen mit dem Extractor und dann mit der anderen was damit machen. Wirklich? Ja. Haben wir das vor uns auch gemacht, hör, hör, hör. Kann sein, dass die Gehirn rauskommen. War vor uns. Auf jeden Fall lösen. Ne, vielleicht weil ich dann doch nur nen letzten Schuss gegeben hab. Niemals. Was? Das hier drin. Na komm, wir ist wieder in der Facke. Wir sind schon... Hä? Ja, wir sind einmal rum. So schnell? Ja, nicht. Wir sind ja vor uns schon ganz schön weit nach links gelaufen. Warte mal den Weg, jetzt hör wir ja. Alter. Fies. Ja, ne, ich treffe immer nen... Ja, wieder ein normales Gehirn. Oh, scheiße Energie. Bring den mal um. Und kaum nen Gehirn raus. Das war ich jetzt so. Das war ich jetzt so. Ich geh jetzt auf dein Schiff und mach's auf nen Alpha-Planeten. Dann dürften ja die Viecher schneller töten. Äh, sterben. Ja, richtig. Stimmt. Falsch. Bauen wir einfach auch mal so lange. Was braucht man da? Ähm, Stahl... Stahlbohren und und Pixel, glaub ich. Ach, unser Haus. Schön. Schön. Außer der Star. Bine Extractor. Ja. So, ein schönes Haus. Kraft. Wunderschönes Haus. Wir brauchen das Gehirn. Hier. Damit wir den Roboter bauen können. So. Ähm. Wo ist der Brain Extractor? Da. So. Ja, ein Schlag sind die Fischer tot. Na gut. Scheiße, wenn man trifft. Das ist manchmal trifft durch die Ping oder was, wenn man durch die leichte Legs trifft. Ich weiß nicht, ob es auch beim Fisch geht. Ja, getroffen habe ich nicht, aber kein Gehirn. Nichts Gehirn. Hoffentlich geht es auf dem Alpha Planeten. Ja, ich habe ein Hornblatt bekommen. Ja, ist so ein altes. Also so ein langweiliges. Hab ich auch schon. Es scheint zumindest nichts im Wiki, dass es nicht geht damit. Das ist ja gut. Vielleicht kann man mit einem 3D-Printer irgendwas machen, dass wir die einfacher umbauen können. Weiß ich nicht, aber das hätte ja ein Wiki bestanden, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Ach. Ach. Auch schön, der Planet hat ja wieder so eine geringe Erdanziehungskraft. Ja. Wir sind bei dem Planet immer noch nicht einmal rum, ne? Ne. Leuchtest du nach links? Ne, nach rechts. Achso, ne, ich auch. Alter. Es gibt's nicht. Ach. Ach. Ich bin Taliban. Bisschen sind Taliban. Ach, die Energie, die sich mal auflädt. Ja. Und dann trifft das den, ne. Ich kenne... Ich kenne Basen werden. Basen? Ich geh auch die ganze Zeit nur diese blöden lila Hirne her. Hirne? Ja. Lila Hirne? Na klar, sagt man ja so. Ich mach mich drüber lustig. Na, Klasse. Kann man sich das Gehirn nicht irgendwo kaufen? Oh, ne, ich glaub nicht. Wie viele Pixel hast denn du? 1107. Was denn nun? 1107? 1107. Achso. Du, 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 du. Du, 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 du. Hoi. Ola. Schade, dass man ja nichts verkaufen kann. Warte, warte, warte. Na ja. Achso. Scheiße, ne. Für meine Knochen kann ich nichts. Wieder nur so'n Lilanes. Ja. Ah, ich bin schneller wie du. Ich bin so schnell. Vielleicht an so'n Vogel. Ich hab schon probiert, kam auch nur so'n Lilanes raus. Ich hab nur wenigstens getroffen, Mensch. Jetzt nicht hauern. Ach, Resilvervogel, meinst du? Uh. Oh, hier, ja. Oh, wir haben's. Auch wieder eins, ne? Ja. Du hast's doch, ne? Dann baust du's. Ne, ich glaub. Ah ja, ich hab's. Aber ich hab nicht zu viele Pixel, musst du mal bauen. Ja, gibt's ja. Ist der Kopf, ne? Mit Silbars. Ja. Kann sein. Ah, ne, du musst jetzt erst mal nur das Gehirn, das... Artifical... Irgendwie... Gehirn. Artificial Brain, ja. Ja. Oh, ne. Reft? So, und jetzt ne? Und jetzt ne den... Inactive Robot. Achso, du musst erst mal die ganzen Teile erhöhen. Robot Head. Ja. Also die anderen Teile hab ich schon. Ne, du musst erst mal den Kopf noch bauen. Robot Head. Ja. Gar nicht. Gut. Und dann jetzt so den... Craft? Ja. Inactive Robot? Ja. Natürlich. Erstmal das ganz andere Zeug. Ne, mal eine Feuchtekiste. Sind das eigentlich schon nette Helme, weh? Inactive Robot. Craft. Hab ne. Schön. Wollen wir auf den Planeten? Und dann gegen den... Auf unserer Heimatplanet, oder? Ne, den machen wir nicht kaputt. Hier runter beamen. Ja. Würde ich sagen. Gucken muss. Ich hab noch nie gegen den gekämpft, also keine Ahnung. Ist das wohl ein Boss? Denk ich. Ja. Weil wir nehmen uns auf unserer Heimatplanet. Es ist einfacher. Meinst du? Es ist ein schwerer Monster. Naja. Das ist auf jeden Fall so. Ich wollt hier nur eigentlich aufräumen. Dann sind wir die Monster weg. Na gut. Dann machen wir das auf dem Heimatplaneten. Ah. Achso. Dann musst du dir beamen. Der Bauer. Aber nach links, hä? Nicht zum Haus. Ja. Auf jeden Fall. So. Wirds ja doch noch spannend. Oder wollen wir das für die nächste Folge machen? Meinst du? Ja genau. Das machen wir in der nächsten Folge. Cliffhanger. So. Also. Machen wir jetzt mal ein Päuschen, wa? Ja wir machen ein Päuschen. Bedankt euch bei den Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Bis gleich.